Glaubt nicht, die Lügen in eurer Kommissarin. Pfff. So, der ist Dreck. Der ist Dreck. Die habe ich. Da fehlt noch was. Die habe ich. Granaten kann ich nicht mehr aufnehmen. Da unten. Wow, die überall Munition haben. Das ist fast unglaublich. So. Jetzt müsste ich fertig sein. Ich laufe einfach mal hier hoch. Gehe weiter durch den Tunnel. Aber diesmal nehme ich meine AK. Denn die ist ja auf Distanz besser. Und ich muss auch weiter durch den Tunnel. Super. Also laufen wir weiter durch den Tunnel. Das wird mir richtig unheimlich hier. Okay. Das war jetzt sehr... Komisch. Sehr, sehr komisch. Wir haben Verletzte. Wir haben Verletzte. Lauf einfach weiter. weiter. Okay. Das war vielleicht der falsche Weg. Ich hoffe mal, dass ich es nicht allzu... gut. Ähm, aber... Ich spiele jetzt schon... über eine Stunde. Ich möchte das eigentlich mal zu Ende bekommen. Komm, lauf! Warte mal. Warte mal. Das Ding hat ja doch einen Schalldämpfer. Ich habe es noch nicht mal ausprobiert. Okay. Erstmal... Komplett weg damit, bitte. Boah, was ist das für ein Zielfernrohr? Boah. Da sieht man ja gar nichts durch. Na? Da bist du. Hallo. Toll. Schieß mich bitte nicht einfach... So, kom- Top. Bleib. Bleib. Da, wo du bist. Okay, also die KI von den Leuten ist nicht gerade der Hammer. Und ich kann noch nicht mal richtig gut schießen. Wir haben hier einen verdammten Toten. So, wo bist du? Scheiße. Das war... Gar nicht klug. Hier runter zu fallen. Ganz und gar nicht klug. Und ich glaube, es ist noch nicht mal klug, hier ins Licht zu gehen. Auah. Aua. Medikit, Medikit, Medikit. Boah, wieso habe ich auf diese Entfernung eigentlich nicht die Shotgun genommen? So. Nachtsichtgerät. Oh, hier kommen wir nicht weiter. Immer schön zu wissen. Da sind keine. Oh, Gefangene. Die haben wohl keine Zionit-Kapsel bekommen. Oder die wollten keine. Boah. Verdammt. Hoch mit dir. Und ich hätte gerne meinen AK. Muss ich wirklich lieber sagen. Und... Lade nach. Und gebe mir Munition. Du gebe mir auch Munition. Oh. Den hätte ich gar nicht gesehen. Nachladen. Habe ich überhaupt noch eine Gasmaske an? Nein. Hallo. Dann ziehe ich die auch aus. Denn die brauche ich nicht. So. Das Ding ist frei. So. Schön. Hier aus der Seite kommen jetzt bestimmt auch Leute raus. Nein, kommen sie nicht. Gut. Und ich gehe jetzt bestimmt, ja, da rein. Dafür nehme ich aber meine Shotgun. Und lade die vorher auf. Denn es ist ja vollkommen... ...irrsinnig. Da rein zu gehen. So. Und jetzt machen wir den da. Und... Ach, ich habe mich am Feuer verbrannt. Okay, vielleicht lieber... ...das. Gut. Meine Spielstände wurden gespeichert. Jetzt hat die Musik auch aufgehört. Haben wir hier sonst irgendwas Schönes? Ne, ein paar Geheimdokumente. Ja, ich verbreibe mich am Feuer. Wie geil. Ein Rucksack. Den ich nicht aufnehmen kann. Den man nur benutzt, um mich zu verarschen. Boah. Okay. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Ja. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese... ...fast 80 Minuten lange Folge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut.